Ach, Renatia, kümmerst du dich mal um den neuen Bibeltext an? Ich muss noch mal kurz los, ich gehe zum Pilates. Du machst Pilates? Ne, nur zugucken. Aha. Von wem ist das Richter? Ein Herr Richter, sagt mir gar nichts. Simson ging hin und fing 300 Füchse. Ach, wieder was mit Tieren. Schön. Nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel je zwischen zwei Schwänze und zündete die Fackeln an. Ach, was ist denn das jetzt wieder? Zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Filister laufen und zündete so die Gaben an. Ach, das kann man doch so nicht. Sag mal, also, das gibt's doch wieder nicht. Richter, Herr Richter. Ja, spreche ich da mit dem Herrn Richter? Gott, hier. Es geht um Ihre Bibeltexte. Herr Richter, also ganz ehrlich, da sehe ich Schwierigkeiten mit dem Tierschutzbund auf uns zukommen. Ich sag's, wie es ist. Ja, mit den 300 Füchsen, das wird schwierig. Wir können die ja nicht alle anzünden, wissen Sie? Nee, auch wenn man es reduziert auf 200 Füchse. Das sind ja immer noch... Ja, nee, auch bei 100. Es ist einfach... Also die Grundsituation mit angezündeten Füchsen ist einfach problematisch. Sicher, nur der Schwanz. Aber das ist dem Fuchs natürlich auch nicht recht, ne? Schauen Sie mal, wenn jetzt bei Ihnen jemand am Ding... Also, Herr Richter, wie kann man da verbleiben? Könnte man vielleicht nur mal so in den Raum gesprochen, dass man die Felder vielleicht direkt anzündet? Hä? Ihr seid mal ganz ohne Fuchs gedacht? Nicht. Ja, gut. Vom Bild her hat es mehr Dynamik mit Füchsen sicher, aber... Ja, nee, auch Kaninchen gehen nicht. Da ist der Schwanz ja auch viel kürzer, die kommen doch gar nicht bis zum Feld, ne? Dann würden Sie doch lieber bei Füchsen bleiben. Ja, aber das hatten wir ja jetzt gerade mit dem... Hallo? Herr Richter? Hallo? Aufgelegt, das gibt's doch nicht. Am Schwanz anzünden. Hach, Männer. Schwanz, schwessen, nur Schwanz. Du, Inge, ob du's glaubst oder nicht, man muss einfach nur hier klicken, und dann hat man den kompletten Kanal abonnieren. Nee. So? Ach, sag mal, geht das Ganze einfach mit der Glocke? Ja, klar. Doch. Ach. Außerdem kannst du kommentieren, liken, das geht alles. Nee. So? Oh.